Hey Freunde, damit kommen wir zu Killerküken, Woche 9 Herausforderung, Phase 3 von 3. Verbringe 7 Sekunden im 7 Meter Umkreis eines fliehenden Huhns. Ich markiere euch das hier mal. Also macht das am besten hier oben bei der eisernen Farm, denn dort haben wir immer 2-3 Hühner. Ihr könnt das in jedem Modus machen, so wie ihr wollt. Also ich lande jetzt hier einfach und dann haben wir hier auch schon die Hühnchen. So und jetzt bleibt ihr einfach so dicht wie möglich dran. So, jetzt ist da natürlich auch noch einer, aber egal, die Aufgabe wäre damit auch geschafft. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao!